Das ist der, der hier jetzt auf der ganzen, auf der klassischen Strecke gewinnen will. Herr Mayer geht in seinen und schneller gestartet. Das ist der, sein Katapultstart, sein Atomstart. Und er hat verstärkte Strecke, wie er gesagt hat. Sollten die brechen. Sollten die brechen. if he can do it again his time then was 1 15 87 tenths of a second he's got a good chance of making it onto the podium austrian do it quite easily to herman meier 121 64 that is just fantastic their man best is in the chase now from switzerland back to austria once again it's one of the sensations of this season he took his ski instructor exams to learn more about the technical side of his sport became a bricklayer to build muscle balken and i was so kierig danach vor allem weil man die ganze saison eigentlich schon dominiert hat und da hat man eigentlich nur einen bewerb an einem tag und das ist das größte olympische spiel beim sportler natürlich das größte wo man mitmachen kann jedenfalls bin ich heute starten mit meiner größten motivation und habe gleich den absprung wunderschön genommen dann habe ich schon ziemlich ruhig geworden im helm das ist dann meistens ein zeichen dass ein sehr starker rückenwind war mein größtes ziel war dann nur mehr eigentlich heil davon zu kommen ich bin 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020 ...who perhaps will be remembered for his horrific crash unless he can make this gold medal number two. Two years ago, a relatively unheard of alpine racer, a bricklayer, a ski teacher who has been the sensation of the World Cup and is looking here to prove that he has a star to stay. Hermann Meyer risking all right on the inside, Ski. 2.11.33, the second target smashes through another gate. 0.77. Hermann Meyer just needs to be clean on the steep section and the second gold of these winter games will be his for the taking. The Harte can watch on 2.39.36, the Hermannager takes second gold. 0.85 for the second quicker. The celebrations begin. The 25-year-old from Flackham takes gold in the men's giant slalom. The 15-year-old fromобр internship at 1375, who is a master's found in the men's giant slalom. The 15-year-old from an opera ditler mit December. penning in the brown of zeal in the inno'm. The 15-year-old from kitchen street and a stripped展示 artist Guten Abend bei der Zeit im Bild. Wie geht es Hermann Mayer? Wird er im Herbst wieder Ski fahren können? Wird er überhaupt je wieder Ski fahren können? Der Zustand des verunglückten Ski-Stars Hermann Mayer ist nach Aussagen der behandelten Ärzte im Salzburger Unfallkrankenhaus stabil. Dort wurde Hermann Mayer einer siebenstündigen Operation unterzogen. Dabei wurde der offene Bruch am rechten Unterschenkel eingerichtet. Dann folgte eine komplizierte Hautübertragung. Dass Hermann Mayer in der bevorstehenden Saison schon wieder auf Schienen stehen wird, darauf wagt sich derzeit niemand festzulegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schönen guten Abend beim Sport. Österreichs Ski-Idol Hermann Mayer bekräftigte im ersten Interview seinen Willen wieder zum Spitzensport zurückzukehren. Dem sichtlich gezeichneten Patienten hilft dabei auch die große Anteilnahme der Bevölkerung an seiner Genesung. Ich habe auch sehr viele, wie ich schon gesagt habe, Telegramme, Faxe und als es halt nur einiges ist, ist unser Zuhause vieles da. Ich habe es von ehrlich bin noch nicht durchgelesen, weil es jetzt noch nicht in der Lage war, dass ich mir Gedanken mache, wie es weitergehen sollte. Und was dann dringestellt, über Ski fahren oder sonst was. Ski fahren oder sonst was. Und jetzt bei Hermann Mayer. Wir sind da oben beim Kampel im Super-G. 17 Mal hat der Hermann gewonnen. Ski fahren oder sonst was. 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 Das war's für heute. Ich bin so überrascht und ich hätte mir das nie gedacht, dass es so schnell funktionieren kann und ich bin überglücklich, war direkt gewöhnt und das ist so eine schöne Welt auf dem Unfall, so eine meine schönste Erfolge, war nicht die schönste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin so ein Schlussstrich ziehen und meine Karriere am Skirenvorraum im heutigen Tag beenden werde.